Musik Ich bin sehr nervös, muss ich sagen, weil wir in einer neuen Location sind, wir kennen das Moa noch nicht und ich hoffe einfach, dass alles klappt, dann geht das bestimmt heute hier ab. Ich denke mal, dass es ein schöner, toller Abend hier wird, mit tollen Leuten hier, mal sehen, wir lassen uns einfach überraschen. Ich war letztes Jahr schon hier und war ganz überrascht, wie toll, dass die ganze Veranstaltung war und habe das heuer auch wieder mitgenommen. Also wir lassen uns einfach überraschen und freuen uns auf einen guten Abend. Also ich bin davon überzeugt, dass es ein super Abend wird, ein Fußballabend und ich freue mich riesig auf das Programm. Wir haben eine tolle Moderatorin mit Petra Fieten, also ich freue mich riesig auf diesen ganz tollen Abend. Ja, sehr verehrte Gäste, liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von Fieten-Tours hier im Hotel Moa. Ich habe gerade Christoph Daumen draußen gesehen, den würde ich mir ganz gerne anhören. Also das ist ein erfahrener Fußballtrainer und mit dem müssen Sie plaudern und da freut man sich schon. Rainer Kalmund freut mich natürlich. Fußballschwergewicht, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem kann man natürlich auch schöne Sachen im Fußball ausdiskutieren. Das sind natürlich schon Highlights. Hier ist Rainer Kalmund, unser Kalli. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Das freut mich auch. Schwierige Anreise, wie wir Nationen auch in Deutschland überbringen können. Ja, das ist sehr, sehr gut organisiert, riesige Stimmung, Informationen werden geliefert. Viele Leute lernen sich hier auch kennen, kommen sich näher. Eigentlich ein Fest um das große Fußballfest drumherum von Fieten-Tours hervorragend organisiert. Echt schön, also ich finde die Location, es ist richtig gut gewählt. Es ist alles total schön und der Auftritt fand ich super. Sehr gut, muss ich euch sagen, also wie immer bestens organisiert, Essen schmeckt sehr gut, Programm ist sehr abwechslungsreich und natürlich Richtung Brasilien jetzt gerade. Und wie immer sehr gut und ich denke, es wird auch sehr gut angenommen von den Gästen. Das ist sehr gut, ich bin das erste Mal hier und ja, schon beeindruckend, vor allem jetzt natürlich die Tänzer, die quälten mir besonders gut. Das ist sehr gut, ich bin das erste Mal hier. Die Veranstaltung ist gelungen, wir haben 500 bis 600 zufriedene Gäste. Die Party ist im vollen Gange, aber es war nicht leicht, die Location herzurichten und alles eben halt so auf den Punkt zu bringen, dass eben halt jetzt so eine Stimmung, wie sie gerade hinter uns zu hören ist, eben halt auch erreicht wird. Ich bin sehr froh, dass das alles so funktioniert hat, aber das ist halt unser Job. Ja, die machen das, ja, seit Jahr und Tag mit viel Routine, mit viel Leidenschaft, mit viel Kompetenz und vor allem noch mit viel Stimmung. Ich freue mich ja, ich gehe ja auch am 13. Juni mit nach Brasilien mit den Höhnern. Wir sind da ganz gespannt, das wird toll, die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit auch gegen Portugal. Aber ich sage jetzt schon, in der dritten Halbzeit gewinnen wir ganz bestimmt. Jetzt geht es uns schon ein bisschen besser, denke ich. Die Schlacht ist geschlagen, sehr, sehr schön. Bei mir ist es immer das Wichtigste, dass es den Gästen gefallen hat. Das ist unsere Mission und ich habe unheimlich viele positive Stimmen heute Abend schon gehört. Ich habe alle eine klasse gefühlt. Sehr gut. Ja, ich habe alle eine Klasse gefühlt. Ich habe alle eine Klasse gefühlt. Vielen Dank.